okay ich glaube sind in sicherheit hier kommt man auch nicht sind wir jetzt warum kommen wir hier nicht mehr ach so ich bin immer zu hoch gelaufen kommen wir da gar nicht zurück wenn wir da jetzt nicht mehr zurückkommen dann ist okay wir laden noch mal neu ab hier müssen halt noch mal hier lang schwimmen aber wir wissen dass wir in diesem anderen bereich zumindest das wird da nicht viel verpasst haben jetzt das heißt da würde ich jetzt gerne das nochmals zu dieser energie station hin ich bin gerade ein bisschen hektisch wieso passiert das mist 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 ist er und vorhin haben wir es im ersten versuch geschafft ich stelle mir so vor ist es also ich will hierhin stelle und links drücke dann bleibt er da hängen und ich jetzt oben links ganz kurz und wieder links dann kriege ich ihn hier hin kann dann runter gehen jetzt hier muss ich mit unten ja mit unten und unten links ich glaube jetzt ist es relativ einfach relativ ja hier will ich hin genau und noch mal hier durch ach man ich bin jetzt ich glaube ich bin etwas unkonzentriert na komm wieso geht das ok hier kann man auch darauf stehen das ist gut und noch mal hier wollte ich das hier machen wenn ich rechts drücke nee ich glaube nicht nur rechts drücke komme ich sofort in die falsche richtung das war nicht gut wenn ich hier los schwimmen ja das besser also von dem oberen muss ich da los schwimmen und jetzt nochmal richtig und jetzt hier den richtigen weg nehmen so also in diesem ganzen bereich hier gibt es schlüssel 8 nicht in einem bis was wir jetzt was wir bis jetzt hier gesehen haben also auch der bereich der bereich links von uns ist auch in diesem raum hier nicht und auch nicht in dem raum nördlich von hier auch nicht in diesen gewächshäusern oder so nenne ich es mal da gibt es überall schlüssel 8 nicht zumindest nicht offensichtlich und jetzt einfach mal wieder nach hier und dann die nächste bahn nach links vorher lege ich hier vielleicht noch sachen ab 8 ist wieder ne ist eigentlich ok ne können wir mal wieder auf schnell machen da kommt die bahn ich weiß halt nicht mehr genau ob man bei dieser energiestation mit ach nee das ist ja falsch oder aber wir können hier durch ok ich weiß halt nicht mehr genau ob man bei dieser energiestation mit schlüssel eins bis sieben und neun ob man da wirklich weiter kam hey mir fällt gerade auf wir können noch links oder moment was ist das da hier wie kommt man da hin in dem raum nördlich von uns da ist doch kein ausgang an der stelle oder wenn ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt ich nehme mal die bahn ich sehe im moment noch keinen weg wie man hier noch nach links weiter kommt und wir können jetzt hier keine ahnung wie das hier war irgendwie so und dann die tür nie zwei weiter oder so ne schon so lange her ok bis hier hat es geklappt was kriegen wir jetzt hier schönes oh nee da braucht man gleich einmal schlüssel 11 es gab ja noch diesen teleporter nach innen weiter nach innen kommt kann man hier übrigens so was wie wenig szenen anfang szenen text mittlere zentraleinheit und hier ja mittlere zentraleinheit nord und süd hier hätte ich mir eben merken sollen welchen man nicht betreten kann ok so geht es hier ist auch wieder die frage hätte ich mir fast gedacht dass man den nicht betreten kann egal machen das ganze noch mal hier geht es nur zum blauen mann wollte ich ja gar nicht hin ich glaube wir wollen hier runter hier darf man hin hier darf man darf man ok also bis ich muss nur kurz wenn man hier runter geht hier dann drei diagonal und nach unten das geht und hier geht es schon nicht auch jetzt sind wir da das gut das kriegen wir schnell wieder hin also hier darf man aber dann muss man diagonal so was brauchte man hier da schlüssel 15 12 9 also mit 1 und 2 kommen wir hier erstmal lang und 56 da brauchen 12 welche schlüssel ist das das ist nur 13 aber man braucht acht um dahin zu kommen hier muss man also deutlich besser ausgerüstet sein mit schlüsseln wenn man hier hin will ach ne bahn kommt hier gar nicht nur dann gehen wir wieder irgendwie zurück zum anfang das sind hier keine teleporter ok bringt auch nicht viel dieser shortcut ich wollte noch schießen nein munition ich habe die ganze munition da gelassen ist natürlich auch ungünstig ich will mal was probieren und zwar wenn ich jetzt noch mal in die andere richtung fahr ich will mir das nochmal von aus dem aus dem wie hieß es das hat auch so namen dieser raum weiß ich jetzt nicht mehr also den den raum oben links von uns wo die bahn reinkommt aus dem raum möchte ich noch mal gucken wie das aussieht ob man dann nicht nach unten kommt weil es sieht halt irgendwie so aus als würde man da reinkommen da kommt jetzt unsere bahn und gucken uns das kurz an hier ist auf jeden fall kein kein ausgang zu sehen aber wie soll man dann da hinkommen soll man dann nur von der anderen seite hinkommen dafür müsste man halt irgendwie die bahn zum fahren bekommen also wird ja reichen das jetzt hier abbiegen oder sowas aber auch das haben wir noch nicht verstanden wie man wenn das macht ja von daher sind wir jetzt fast wieder in einer in einer situation wo wir nicht weiter wissen oder mal überlegen ja wir könnten was ich hier kann ich mir noch hoch er hat mich raus gelassen ich glaube man kann nicht diagonal rausgehen was wollte ich sagen ich könnte ein bisschen alleine weiter suchen was man was man machen könnte wo man als nächstes hin könnte und so weiter das können wir hier noch machen wir könnten mal mit hier mit cd und dann mit dc diesen weg hier freimachen hier gab es auch nichts mehr wichtiges neues richtig ja ok wir haben jetzt überall hier nach schlüssel 8 gesucht und ihn nicht gefunden wir könnten wieder in die oberfläche und gucken ob man an der oberfläche jetzt irgendwie weiterkommt also zum beispiel was mir hier als erstes einfällt das wäre doch gleich schon hier ich habe mich mal wieder vergessen welchen schlüssel man da brauchte ich habe dann war mein gesammelt das klang so dass wir uns hier nochmal umgucken hier ich weiß gar nicht was der kürzeste weg ich will einfach nur noch links ich will auch wissen warum dann schluss zu sehen ist bis dann noch mal dann du 2020 am FM im du du Vielen Dank.